Er hantiert mit den größten und empfindlichsten Teleskopen der Welt und erforscht die dunkelsten Geheimnisse unserer Galaxie. Der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel hat sich damit den Nobelpreis verdient. Mit ihm werden in diesem Jahr auch die Amerikanerin Andrea Gass und der Brite Roger Penrose geehrt. Alle haben Entscheidendes geleistet für die Erforschung der schwarzen Löcher. Ihre Anziehungskraft ist so stark, dass ihnen nichts entkommen kann. Was einmal in ein schwarzes Loch gefallen ist, kommt nicht wieder heraus. Nicht einmal Licht. Weil selbst Licht geschluckt wird, sind die schwarzen Löcher so schwer zu entdecken. So war lange unklar, ob sie wirklich existieren. Selbst Albert Einstein hatte Zweifel, ob schwarze Löcher tatsächlich existieren können. Obwohl seine allgemeine Relativitätstheorie von schwarzen Löchern ausgeht. Der heute ausgezeichnete Physiker Roger Penrose konnte aber erst 1965, zehn Jahre nach dem Tod von Einstein, die Existenz von schwarzen Löchern beweisen. Neben Penrose ist heute auch der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel aus Garching bei München ausgezeichnet worden. Dankbarkeit, auch die Freude, dass da mit den Jüngeren in der Gruppe sozusagen gezeigt wird. Wenn er euch anstrengt, dann kann da was draus werden. Vielleicht kann man auch im Nobelpreis irgendwann mal kommen. Mit Teleskopen haben die Forscher und die ebenfalls ausgezeichnete US-Amerikanerin Andrea Gees, die erst als vierte Frau den Nobelpreis erhält, das Zentrum unserer Galaxie untersucht. Mitten in der Galaxie haben beide ein extrem schweres Objekt entdeckt. Es liegt rund 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ein unsichtbares Objekt, um das Sterne kreisen. Die Entdeckung gilt als bisher überzeugendster Beweis, dass im Zentrum unserer Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch existiert. Und ich habe jetzt die große Freude, mit dem Nobelpreisträger persönlich zu sprechen. Ganz herzlichen Glückwunsch Ihnen, Reinhard Genzel. Vielen Dank. Wie geht's Ihnen denn? Es war ein relativ anstrengender Tag heute natürlich, mit vielen Interviews. Aber sowas passiert ja einem nur maximal einmal. Hätten Sie damit gerechnet? Nein, ich hätte es nicht, weil ich hatte bereits vor acht Jahren einen Preis der Schwedischen Akademie bekommen, nennt sich Crawford-Preis, der in den Feldern, in denen keine Nobelpreise vergeben wird, und Astronomie gehört da dazu, äquivalent ist zum Nobelpreis. Also im gewissen Sinne habe ich gedacht, that was it. Außerdem war es so, dass in den letzten wenigen Jahren mehrere Preise in die astrophysikalische Forschung vergeben worden ist. Und ich hätte mir gedacht, also das dauert dann schon weiter. Nein, ich habe nicht damit gerechnet. Jetzt ist es ja so, dass Sie Physiker sind. Ihr Vater war das auch schon. Er hat auch ein Max-Planck-Institut geleitet. Haben Sie sich heute zwischendrin mal vorgestellt, was der eigentlich dazu gesagt hätte, dass Sie jetzt diesen Riesenpreis bekommen? Noch nicht. Ich werde es bestimmt tun, wenn ich dann da Zeit dazu habe. Aber sicherlich hätte es sich gefreut. Sie werden jetzt, und da kommen wir auch mal zur Astrophysik, dafür ausgezeichnet, dass Sie, wenn ich das richtig verstehe, ein unsichtbares, extrem schweres Objekt mitten in unserer Galaxie gefunden haben. Wie sieht man, wie findet man etwas Unsichtbares? Indem man die Wirkung dieses Objekts auf seine unmittelbare Nachbarschaft und die Objekte, die dort sind, über die Gravitation feststellt. Und jeder Zuschauer wird wissen, wie das im Sonnensystem geht. Also stellen Sie sich vor, unser Sonnensystem mit der Sonne in der Mitte und die Planeten, die draußen rumlaufen. Jetzt stellen wir uns den Gedanken mal vor, wir schalten die Sonne ab. Dann würden die Planeten aber immer noch auf denselben Bahnen herumlaufen, weil die Masse der Sonne in der Mitte ist. Und wenn wir jetzt die Planetenbahnen vermessen würden, dann würden wir dann aus der Newton'schen Theorie oder auch aus der Einstein's Theorie schließen müssen, dass im Zentrum des Sonnensystems ein Objekt mit einer Sonnenmasse sein muss. Und genau das Prinzip finden wir also auch im galaktischen Zentrum an. Das klingt aber eher nach Berechnungen und so weiter. Haben Sie denn durch das Teleskop auch irgendwas gesehen? Ja, unsere Teleskope sind empfindlich nicht auf optisches Licht, sondern auf Infrarotlicht. Also insoweit die Vorstellung, dass wir noch durch Teleskope durchschauen, ist nicht mehr das, was wir tun. Und in der Tat ist es so, dass um die Präzision zu bekommen, um die Auflösung zu bekommen, die wir brauchen, um diese Messungen zu machen, wir können heute eine Euro-Cent-Münze auf dem Mond auflösen damit, schalten wir optische Teleskope der europäischen Südsternwerte, acht Meter Teleskope, vier davon, die verteilt sind über etwa 100 Meter, optisch zusammen und bilden daraus im Computer ein Bild sozusagen und können damit diese Messungen machen. Aber nein, durchschauen tun wir das selber nicht mehr. Hinter Ihrer Forschung steckt ja eine ganz alte, ganz essentielle Frage, nämlich die, wo wir eigentlich herkommen und was das Universum ist. Welche Antworten haben Sie da für sich persönlich gefunden? Nun, also es ist sicherlich so, wir wissen, es gibt einen Urknall, wir wissen, es gibt nach dem Urknall ein expandierendes Universum, das sogar immer schneller sich ausdehnt, je weiter es lebt sozusagen. Und wir wissen, dass in diesem Universum sich Welteninseln gebildet haben über die Zeit, die wir Galaxien oder Milchstraßensysteme nennen. Jedes von diesen Milchstraßensystemen besteht aus 100 Milliarden Sternen. Und, so wissen wir jetzt, im Zentrum von zumindest den meisten und vielleicht allen dieser Milchstraßensysteme, in diesen Zentren gibt es solche schwarzen Löcher, massive schwarze Löcher zwischen Millionen, einigen Milliarden Sonnenmassen. Und es stellt sich heraus, dass diese Objekte, obwohl sie ja schwarz sind, also nicht sichtbar, wenn sie Materie ansaugen, in dem Prozess des Einfalls so viel Energie produziert wird, dass die die ganze Galaxie umwandeln kann und sich sogar zerstören kann. Also wir, die schwarzen Löcher spielen eine ganz entscheidende Rolle in der kosmischen Entwicklung der Weltinselsysteme wie unserer Milchstraße. Jetzt forschen Sie in Berkeley in den USA und auch im Bayerischen Garching am Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik. Sie kennen also sowohl den Forschungsstandort USA bestens als auch die Astrophysik hier in Deutschland und Europa. Wie gut sind denn die Europäer im Vergleich? Es ist ohne Zweifel so, dass die amerikanische, sagen wir mal, totale Dominanz, die in den Naturwissenschaften nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg da war, jetzt nicht mehr vorhanden ist. Und das ist sicherlich teilweise geschuldet einer Gesellschaft, die, wie wir jetzt sehen, in den USA, die sich weniger begeistern kann für die Naturwissenschaften. Aber es ist mehr als das. Wir in Europa und ich würde sagen, besonders wir in Deutschland und da würde ich besonders auch unsere Bundeskanzlerin nennen wollen, haben ein Verständnis, dass die naturwissenschaftliche Forschung, die Grundlagenforschung auch insbesondere wirklich entscheidend ist. Nicht nur für das Wissen, aber auch für das Werden und das Gutsein einer Gesellschaft und auch die Covid-Krise, wie sie bislang in Deutschland bewältigt worden ist, gibt da ein Beispiel. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Reinhard Genzel. Und ich hoffe, dass Sie auch einen Moment loslassen und feiern können nochmal heute. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.